Moin! Willkommen in Hamburg am Überseering. Hier entsteht zurzeit die Baugrube für die U-Bahn-Haltestelle City Nord an der zukünftigen Linie U5. Dafür ist der westliche Teil der Straße Überseering gesperrt. Ihr seht zuerst Aufnahmen vom südlichen Ende der Baustelle. An diesem Tag flogen auch zahlreiche Flugzeuge über die Baustelle hinweg, denn eine der Einflugschneisen zum Hamburger Flughafen führt hier entlang. Hier ist der erste Teil des Dachs, die Schmerzen des Dachs, die Schmerzen des Dachs, die Schmerzen des Dachs und die Schmerzen des Dachs. Untertitelung des ZDF, 2020 Von der ersten Fußgängerbrücke aus seht ihr hier den Blick zuerst nach Süden bis zum Stadtpark und dann nach Norden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die nächste Fußgängerbrücke ist zurzeit leider nicht zugänglich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die City Nord ist ein Bürohausviertel im Norden von Hamburg. Das Gebiet wurde ab den 1960er Jahren bebaut. Charakteristisch sind die vielen Fußgängerbrücken und Fußwege in einer Ebene oberhalb des Straßenniveaus. Autoverkehr und Fußverkehr sollten möglichst unabhängig voneinander sein. Damit sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal!